Herzlich Willkommen zu unserem nächsten Video zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Stellen Sie sich vor, Sie haben mit einer Freundin ein Treffen ausgemacht. Ihre Freundin kommt erst nach 30 Minuten. Wie würden Sie reagieren? Ich warte schon eine halbe Ewigkeit. Ich wollte schon nach Hause gehen. Wo bleibst du so lange? Es ist immer das Gleiche mit dir. Marschall Rosenberg empfiehlt eine andere Vorgehensweise. Sie könnten sagen, du kommst eine halbe Stunde nach der vereinbarten Zeit. Ich bin enttäuscht, denn Pünktlichkeit ist wichtig für mich. Ich bitte dich, das nächste Mal pünktlich zu sein. Ordnen wir nun diese Worte den vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation nach Marschall Rosenberg zu. Im ersten Schritt unterscheidet man zwischen Beobachtung und Bewertung. Durch eine reine Beobachtung können Sie Ihrer Freundin die eigene Situation bewusst machen. Wenn Beobachtung und Bewertung vermischt werden, hört ihr gegenüber häufig Kritik und nimmt eine Abwehrhaltung ein. Ziel ist ein Bewusstsein für die Trennung zwischen Beobachtung und Bewertung zu entwickeln. Schritt 2 widmet sich den Gefühlen. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, ihre wahren Gefühle klar auszudrücken. Rosenberg betont in diesem Zusammenhang, dass die Formulierung, ich fühle das, ich fühle mich, als ob, nur eine Meinung ausdrückt, während das Gefühl selbst nicht offenbart wird. Besser wäre, eine Formulierung mit ich bin zu verwenden. Bedürfnisse sind die Wurzel der Gefühle und werden oftmals mit Strategien, Interpretationen und Verhaltensdiagnosen anderer verwechselt. So kommt es im täglichen Leben zu Konflikten aufgrund unzureichender Bedürfnisbefriedigung. Um Bedürfnisse auszudrücken, können Sie die folgenden Sprachmuster verwenden. Ich fühle mich unter Druck, weil ich Ruhe brauche. Ich bin genervt, weil es mir wichtig ist, meine Zeit sinnvoll zu nutzen. Um einen Konflikt zu lösen, ist es oft notwendig, nach den eigenen Bedürfnissen und denen der anderen Person zu fragen. Das vierte Element der gewaltfreien Kommunikation ist die richtige Formulierung von Bitten. Oft enthalten Bitten verdeckte Forderungen oder sind vage und zweideutig formuliert. Um ein Bedürfnis zu erfüllen, sollten Bitten so genannt werden, dass auch die Bereitschaft des Gegenübers steigt, rücksichtsvoll zu reagieren. Es sollte vermieden werden, Bitten in negativer Form auszudrücken. Eine Bitte sollte eine konkrete Handlung beinhalten, positiv formuliert und überprüfbar sein. Wünsche sollten vermieden werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gewaltfreie Kommunikation keine Methode ist, um das Verhalten anderer zu ändern oder den eigenen Willen durchzusetzen. Diese mediative Technik eignet sich für den Aufbau von Beziehungen, die ein sensibles, wertschätzendes und rücksichtsvolles Verhalten beinhalten.